So fing es an, in jener außergewöhnlichen Nacht. Der Nacht, in der er auftauchte. Ich gehe jetzt in die Garage und rufe Nembo Shaba. Wer ist Nembo Shaba? Das ist mein Freund in Jugoslawien. Darf ich durch das Teleskop sehen, Daddy? Aber sicher, mein Sohn, der Kosmos steht zu deiner Verfügung. Kann ich mit Nathalie sprechen, wenn du durchkommst? Ja, gerne. Ich will dir von meinem neuen Freund erzählen. Dein neuer Freund? Wie heißt er? Lash. Lash? Ist das sein richtiger Name? Du magst ihn wohl nicht. Ich kenne ihn nicht mal. Lash. Hier ist K726XAA Los Angeles. Ich rufe Belgrad. Na, wie geht's euch? Prima. Dad mag Lash nicht. Und ich suche die Venus. Hast du sie gefunden? Nein, aber unsere Nachbarn sehen einen Western. Ach, Brian! Hör auf damit. Und mach dich fertig zum Schlafen. Ich hab Hunger. Nur weil du wieder deinen Kartoffelbrei nicht gegessen hast. Ich mag keinen Kartoffelbrei. Hat jemand den Kater gefüttert? Mach ich gleich. Du kannst ihm ein Kartoffelbrei geben. Lucky frisst Katzenfutter. Dann hat er seinen Namen zurecht. Er ist ein glücklicher Kater. Kann ich dich eine Minute sprechen? Ja. Ach, verdammt! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Die CP muss der Kurzwelle ins Gehege gekommen sein. Es ist gar nicht so einfach, wenn man im Grunde genommen noch ein halbes Kind ist. Ich weiß ja, dass ich mich manchmal nicht ganz wie ein Erwachsener benehme. Ich spreche von Lynn. Lynn? Ja, natürlich. Gibt's da irgendwelche Probleme? Sie glaubt, du magst ihren Freund nicht. Sie ist wirklich ein kluges Kind. Aber ich spreche mit ihr. Und zwar jetzt gleich. Wir schaffen die Sache aus der Welt. Ich will das hier nur noch abschalten. Oh mein Gott. Es ist das Infrarotfunkband. Ich muss mich irgendwo im Weltraum festgehakt haben. Ein Pulsar oder Satellit. Hallo. Hallo. Hier ruft K726 XAA. Hören Sie mich? Die Antworten, aber ich kenne die Sprache nicht. Warum schaltest du es nicht einfach ab? Es geht nicht. Es ist außer Kontrolle. Es hängt an diesem Signal. Hör doch mal. Was klingt denn da so komisch? Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Das Licht? Was ist denn mit dem Licht? Daddy, guck doch mal, was da draußen am Himmel ist. Da kommt irgendwas runter. Ja, und es kommt sehr schnell. Los. Erst mal raus. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Und träumen. Wir haben Besuch. Musik Musik